Unsere Leichtschuber liefern wir Ihnen in zwei unterschiedlichen Varianten. Entweder als Karton bedruckt oder unbedruckt planen, den Sie in nur wenigen Sekunden durch die passenden Schlitze und Stanzungen zu diesem Leichtschuber zusammenstecken können. Oder in der Variante, in der eine Seite verklebt wurde, hier müssen Sie nur noch den Boden zusammenstecken. Die verklebte Variante hat eine offene Kante. Bei der gesteckten Variante des Leichtschubers sehen Sie, dass die Kante geschlossen ist. Beide Schuber überzeugen durch das leichte Material dank der Mikrowellenstruktur in der Pappe.